Schön, dass du wieder reinschaust auf mehr Wissen, mehr Profit. In diesem Video werde ich ein wenig in die Praxis einsteigen. Und zwar wirst du in diesem Video ein Kerzenchartmuster kennenlernen für einen möglichen Einstieg. Und zwar werden wir hier über den Hanging Man sprechen. Also ich werde in diesem Video den Hanging Man, Kerzenchartmuster, Hanging Man, möglichen Einstieg in eine Aktie beschreiben. Auf was man achten sollte, wie sowas jetzt aussieht. Erstmal in der Theorie und dann anhand eines Charts. Und wie wichtig es ist, gerade bei einem Hanging Man auf eine Bestätigung, eine zweite Kerze zu warten. Okay, dann möchte ich gleich loslegen. Was ist überhaupt der Hanging Man? Der Hanging Man ist das gleiche wie ein Hammer. Und dazu gehe ich jetzt hier mal rein in dieses Charting Tool. Hammer ist ja so, ein Hammer entsteht ja bei einer Abwärtsbewegung. Okay, jetzt kommt hier der Hammer, der hat einen kleinen Körper und einen langen unteren Schatten. Also wenn wir einen Hammer bekommen, dann gehen wir davon aus, dass es wieder nach oben gehen sollte. Also Bullish. Und der Hanging Man ist einfach das Entgegengesetzte. Okay, vom Bild her gleich, nur bei einem Hanging Man muss es erstmal nach oben gegangen sein. Okay, aufwärts trennt. Und man geht davon aus, bei einem Hanging Man, wenn der nach einem Aufwärts trennt, ich rede jetzt nicht von einem kurzen Aufwärts trennt, sondern von einem länger anhaltenden Aufwärts trennt. Wenn er dann erscheint, dann bestehen die Chancen sehr gut, dass es wieder abwärts gehen wird, also auf fallende Kurse. Und genau das werden wir jetzt hier schön besprechen. Also hier habe ich ihn schon mal eingezeichnet. Den Hanging Man, das gleiche wie ein Hammer, nur ganz wichtig, nach einem Aufwärts trennt. Ja, geht man davon aus, dass es wieder nach unten geht. Wir haben bei einem Hanging Man einen Körper, dann haben wir einen unteren Schatten, man sagt zwei bis drei Mal muss der Körper hier zwei bis dreifache vom unteren Schatten besitzen. Ich sage immer, also ich persönlich will immer dreifachen Körper haben, also mindestens dreimal muss der untere Schatten den Körper beinhalten und oben erlangt es ganz klar ein kleinerer oberer Schatten. Ja, also das ist sehr wichtig, der Körper sollte mindestens, sagen wir mal, dreimal den Körper beinhalten. Das ist der untere Schatten, hier mal eine andere Farbe. Das hier nennt sich unterer Schatten, hier haben wir einen oberen Schatten, das ist der Körper. Nur kurz zur Kerze. Nochmal kurz zusammengefasst zu den Eigenschaften für einen Hanging Man. Als erstes, ein Hanging Man resultiert aus einer Trendbewegung. Zweitens, nicht nach einer kurzen Bewegung, sondern nach einer länger anhaltenden Trendbewegung. Wichtig, sagen wir nach einer Rallye. Ist einfacher zu merken. Drittens, meines Erachtens, sollte man warten auf eine Bestätigung der zweiten Kerze. Diese sollte, okay, wenn das jetzt hier, das hier, diese Kerze, jetzt diese Kerze da abbilden soll, nach einer Trendbewegung, nach einer Rallye. Ja, erster, zweiter Punkt ist abgehandelt. Dann sollte die zweite Kerze, also meiner Erfahrung nach, unterhalb der, unterhalb des Hanging Mans schließen. Also die Schlussnotierung sollte unterhalb der Kerze des Hanging Mans sein. Also irgendwo hier, unterhalb. Das ist die dritte Eigenschaft. Meiner Erfahrung nach ist die sehr wichtig. Das zeige ich dir nachher auch in einem Chart. Okay, das sind die drei Kriterien oder Eigenschaften, die ein Hanging Man besitzen sollte. Wie sieht das Ganze jetzt in einem Chart aus? Ich habe da einfach anhand meiner Trading Software, habe ich ein Screenshot gemacht. Das werde ich dir jetzt zeigen, wie das jetzt anhand einer, anhand eines Charts, also anhand eines echten Kursverlaufs aussehen wird. Das ist jetzt mein Screenshot, was ich jetzt anhand meiner Software gemacht habe. GE nennt sich General Electric. HM, siehst du hier oben. Dann nehmen wir mal eine Farbe, um das schön ein bisschen hervorzuheben. Hier, Hanging Man. Ja, wahrscheinlich ein wenig zu viel. So, das ist unser Hanging Man, ist übrigens hier eingezeichnet HM. Okay, wir haben hier ein Datum von 2007. Das spielt aber im Moment keine Rolle. Ich habe das ganz einfach einen Backtest gestartet und habe einfach mal den ersten Hanging Man genommen, um zu verdeutlichen, was ich damit meine. Okay, hier haben wir den Hanging Man. Nach meiner Erfahrung her würde ich diesen traden, weil wir haben hier den Körper. Und der Körper, der untere Schatten hat mindestens dreimal den Körper in sich. Also der untere Schatten ist mindestens dreimal so groß wie der Körper. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, also du siehst, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung. Ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen uns drei Kriterien anschauen. So, wir haben jetzt hier einen lang anhaltenden Trend, Aufwärtstrend. Hier erscheint unser Hanging Man. Der untere Schatten hat dreimal den Körper in sich. Wunderbar. Wenn wir uns die Bestätigung hier anschauen, unser drittes Kriterium ist die Schlussnotierung. Schlussnotierung ist übrigens ein Tageschart, also Tageskerzen. Es gibt hier auch Minutencharts, Monatscharts, Wochencharts. Kommt darauf an, was du handeln tust, musst du dir das natürlich für dich selber dann anpassen. Aber eine Kerze sieht immer gleich aus, ob du jetzt im 5-Minuten-Charts handelst oder im Wochencharts oder im Monatscharts. So, hier haben wir die Bestätigung. Nehmen wir mal eine andere Farbe. Hier ist die Bestätigung. Schlussnotierung unterhalb des Hanging Man. Und wie wir sehen können, ging das ja schön nach unten. Wie gesagt, der Hanging Man geht auf fallende Kurse, wie man ja hier sehr schön erkennen kann. Okay, Freunde, das ist wichtig zu verstehen. Denn was passiert, wenn du die Bestätigung, also nach dem Hanging Man, die zweite Kerze, nicht abwarten tust? Dazu habe ich ein weiteres Chart, Screenshot gemacht. So, wie du hier siehst, haben wir hier auch einen Hanging Man. Und da siehst du hier unseren Hanging Man. Ja, und auch hier kannst du sehen, dass der Körper, der unteren Schatten mindestens, mindestens, vielleicht auch vier, fünf Mal jetzt sogar, den Körper beinhaltet. Also, ich sage immer, mindestens drei Mal muss der Körper den unteren Schatten füllen. Das ist hier gegeben. Und jetzt kommt das Interessante. Aber die Bestätigung ist hier nicht gegeben. Ich zeichne das ein, damit du ganz genau weißt, was es geht. Wenn du diese Bestätigung nicht abgewartet hast und du bist beim Eröffnungskurs hier unten reingegangen, dann kann ich dir gleich sagen, 230 bist du ungefähr eingestiegen. Das hat aber geschlossen bei 220. Okay, also hast du schon 10 Euro Miese gemacht. Jetzt kommt natürlich darauf an, wie dein Money Risk Management aussieht. Wie viele Positionen, wie viele Aktien sozusagen du gekauft hast und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, auch wenn du nur eine Aktie gekauft hast, hast du schon 10 Euro Miese. Und wie du ja sehen kannst, hat die Aktie geschlossen so bei circa 238 diese Kerze. Das sind dann nochmal 8 Euro, kommt nochmal dazu. Dann hätte man vielleicht hoffen können, dass die wieder vielleicht am nächsten Tag fällt oder hin und her. Ja, wo du siehst, dass die Aktie da hier weiter gestiegen ist. Okay, das heißt also sehr wichtig, dass man die Bestätigung nach einem Hanging Man unbedingt abwarten sollte. Schau dir Charts an, recherchier, mach, schau dir das alles mal an, suche, recherchier nach einem Hanging Man. Schau dir die Bestätigung an, ob die zweite Kerze nach dem Hanging Man unterhalb des Hanging Man schließt, ja oder nein. Schau dir die Entwicklungen an, definitiv würde ich die zweite Kerze abwarten, um nicht solche gravierende Verluste dann einzufahren. Jetzt kennst du ein Kerzenchart, einen Einstieg für einen möglichen Einstieg in eine Aktie und zwar nämlich Hanging Man. Wenn man genau hinschaut und auf die Bestätigung wartet, kann das ein sehr starker Einstieg werden. Falls du noch weitere nützliche, starke Einstiege anhand eines Kerzenmusters erfahren möchtest und wissen möchtest, dann schreib doch einfach unten in die Kommentarfunktion rein, was dich interessiert. Ich sage herzlichen Dank, danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich wünsche dir wie immer eine hohe Performance. Bye, bye. Ich wünsche dir wie immer eine hohe Performance.